Herzlich willkommen hier zurück zu CakeTV Uncut Uncut, Digga, Uncut Wir reagieren auf Trimax Also, wir gucken mein Video Und Trimax sagt drei Wörter Bibi endlich mit dem Statement Mit einem Statement nach all der Zeit Mein Video geht zwölf Minuten, seine Reaction Geht 15, das heißt wir können jetzt wirklich drei Minuten Noch hören, was Trimax hier zu sagen hat Oh Leute, Trimax hier, wir reagieren auf das nächste Video von Bibi Bibi zerstört sich selber Und klaut meinen Job, da kam ja keine Statements Oder irgendwas, so groß Das macht sie ja nie, deswegen bin ich jetzt gespannt Nee, Bianca heißt sie jetzt Jo Freunde der Schönheitspaläste Ich habe ja in der Vergangenheit immer mal Videos Über Bibi's Beauty Palace erstellt Mein Favorit ist das über das Bibi-Phone Morgen, es wird Zeit, schnell steh auf Morgen, es wird Zeit Gibt es jetzt wirklich ein Bibi-Phone? Und keine Sorge Das iPad war schon vorher kaputt Weil, ja, ich hab mal bei Hearthstone verloren Aber es war auch wirklich unfair Ja, Digga, die Niederlage war wirklich Also so viel Glück hatte der Gegner noch nie Und mein iPad hatte noch nie so wenig Glück Nachdem sich Bibi vor zwei Jahren von Julienko getendet hat Der Slowchat soll gar nicht drin sein Einfach zwei Jahre Von Sony? Nein Es gab ein Bibi-Phone von Sony Das wurde mir nicht gesagt Ich bin ein Sony-Partner Die haben mir nie gesagt Sony X Bibi Ein Bibi-Phone Reheas, was zur Hölle Ist sie erstmal für eineinhalb Jahre von der Bildfläche verschwunden Jetzt ist sie wieder da und wirkt wie ein komplett neuer Mensch Auf einmal umarmt sie Bäume Macht Reels zu veganen Rezepten Wo ich wünschte, dass ich der Löffel wäre Und ich wünschte, sie wäre mein Ich bin vielleicht kein Meister in der Küche Aber dafür bin ich der Coil-Master Ja, das mit dem Bibi-Phone Das haben wir auch sehr krass gehatet Aber ich sage euch wirklich Also im Nachhinein Weiß ich nicht Finde ich sogar die Kritik ein bisschen überzogen Also ich finde immer noch Das ist wirklich so ein 0815-Produkt Also es war ja erstmal War es ein Handy, was komplett in Ordnung ist Es war jetzt ja auch cool Dass die ganzen Kinder nicht das neueste iPhone wollten Sondern ich glaube, das Bibi-Phone Wie viel hat das gekostet? 400, 300, irgendwie so Also gute Preisklasse, sag ich mal Hat mich persönlich nur ein bisschen enttäuscht Weil Bibi-Phone Ja, war halt also Da war jetzt nicht so viel mit Bibi Da waren halt ein paar kleine Videos drauf Da waren halt ein paar Weckerklingeltöne Töne für Nachrichten, wenn du die bekommst Und ja, das hatte halt Das sah halt hinten Hinten war halt Bibi drauf Hätte man meiner Meinung nach halt viel mehr machen können Aber ey, ist halt bestimmt cool gewesen Für die Leute, die Bibi gefeiert haben Die gesagt, das war jetzt auch kein überteuertes Handy oder so Wenn die jetzt das iPhone 18X oder so Mit Bibi-Variante für 3000 Euro rausgehauen hätten Dann hätte man sagen können Ja, okay, das geht halt gar nicht Aber das Sony Aqua, glaube ich, irgendwas oder so Ist ja, ist okay Was für ein fieser Schnitt Dazu hat sie jetzt auch einen eigenen Blog gestartet Und da gibt es einen wirklich sehr, sehr starken Und sehr langen Beitrag über ihre Veränderung Und ob ihr jetzt glaubt oder nicht Bibi, unsere Bibi Hat sich wirklich mal Kritik gestellt Und ist darauf eingegangen Das gibt's nicht Und hat sich sogar entschuldigt Ah, hat was gesagt Entschuldigt, was geht hier, Digga 2024 Aber man schreibt sie Bibi, vorne haben sich meine Eltern kennengelernt Dass sie völlig gefangen in der Welt des Konsums gewesen ist Sie wollte immer mehr Mehr Luxus Mehr Statussymbole Und natürlich mehr Geld In ihrem Blog erzählt sie dann davon Dass sie auch schon als Kind und Jugendliche Immer versucht hat, ihr eigenes Geld zu verdienen Und dafür auf jeden Fall wirklich dicke Props Das find ich halt schon echt krass, muss ich sagen Wenn du echt mal so überlegst Dass sie, ähm Dass die auch so in jungen Jahren Schon so diese Weitsicht hatte Dass die so versucht hat, selber Geld zu verdienen Jetzt im Nachhinein denk ich mir auch so Bruder, warum hab ich mir nicht während den Sommerferien Immer irgendeinen Job geholt Da wirst du gar nicht so schlecht bezahlt, ne Also, keine Ahnung Ab wann darf man arbeiten? Ab 14 oder so Wenn du das vier Jahre machst Immer ein paar hundert Euro Digga, schnapp gemacht Das wär einfach Das wär mehr, als ich sonst im Jahr zur Verfügung gehabt hätte Aber Ich war faul Und hab lieber den ganzen Tag gezockt Denn so eine Weitsicht In so einem jungen Alter zu haben Dass man schon sein eigenes Geld verdienen möchte Mann, ich wünschte Ich hätte das jetzt rückblickend gehabt Dabei hatte ich auch wirklich gute Ideen Bunte Burger Erhältlichen sechs Farbtönen Bei Bibi Eine Person Die Geschäftsfrau Digga, ich musste sofort an Das war doch das letzte Feature In Brawl Stars Was mit der Burgerpalette? Die war doch voll OP Holy shit Ich kann nicht mehr Spongebob gucken Und an Brawl Stars zu denken Die Schweine Durch und durch ist Ja, also die richtigen OGs Haben Zeitungen ausgetragen Haben fünf Zeitungen davon ausgetragen Den Rest in verschiedene Mülleimer geworfen Haben auf der Parkbank gechillt An ihrer Elfbar gezogen Zwei Stunden Und sind dann nach Hause gefahren Das ist wahrscheinlich aber eher so aus Also was, jetzt gehen wir von Tür zu Tür Und verteilen kostenlose Kopien? Kostenlos? Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Wir können sie für 10 Dollar Das Stück verkaufen Und ordentlich Geld scheffeln Während eine neue Welle von Antisemitismus Über das Land fegt Also jetzt nicht 1 zu 1 Genauso In ihrem Blog schreibt sie dann Drawn together, alter Ewig nicht mehr gesehen Weiter, dass es hier vor allem Um eine Sache in der Social Media Welt geht Und zwar das Konkurrenzdenken Aber hast du nicht erzählt Deine Familie hat Hartz IV bezogen Wenn du Ferienjob gemacht hättest Würde dir sehr viel abgezogen werden Achso, ja gut Aber man kann das ja auch schwarz Nicht mal Ja klar Also es wäre mir abgezogen worden So safe Das ist halt das Doofe Deswegen habe ich es auch nicht gemacht Ja, ich sage mal Naja Also wir hatten auch nicht immer Hartz IV Jetzt nicht mein ganzes Ding Meine Mutter hat auch schon oft gearbeitet So ist es jetzt nicht Aber zum Beispiel auch mal eine Weiterbildung gemacht Was dann 2, 3 Jahre geht Wo du dann kein Geld verdient hast Und so, ja in der Zeit wäre es natürlich doof gewesen Ne, aber Ja, bei meinem FSJ zum Beispiel Musste ich auch Ich habe ja Das finde ich halt immer noch dreist, Digga Und so bleiben auch arme Leute einfach arm Ich habe glaube ich Von meinem FSJ habe ich 300 Ich glaube 312 Euro im Monat bekommen Also dafür, dass du jeden Tag 8 Stunden der Arbeit ist So und kommt mir auch nicht mit Ja, weil es ist ja freiwillig Bruder, du bist da trotzdem 8 Stunden am Tag Und hast einen Stundenlohn von 2 Euro, Digga Das ist Sklaverei Das ist einfach nur Sklaverei Und dann wurde mir dieses Geld auch noch angerechnet Und ich musste meiner Mutter 100 Euro geben Weil wir dann 100 Euro weniger im Monat hatten Das muss man sich mir überlegen Also mit 300 Euro kannst du dir sowieso schon nichts aufbauen im Leben So, aber dann ziehen die einen auch 100 Euro ab Sodass ich auch gar nicht die Möglichkeit habe Mal Geld zur Seite zu legen Um, keine Ahnung Das von mir aus auch in Bildung oder so zu investieren Hätte ich jetzt nicht gemacht, ne Aber das wäre ja eine Möglichkeit gewesen Es ist schon, äh, Digga, der Start Der immense Erfolg ist Jeder will immer der Beste sein Man will sich von der besten Seite zeigen Man will besser als die anderen sein Und immer dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen Außer, man ist Curve Maria Ebenfalls sagt sie dann Dass sie irgendwann in eine Spirale geraten ist Wo sie halt nicht mehr rausgekommen ist Denn irgendwann hatte sie ja nicht mehr nur Verantwortung für sich selber Sondern auch beispielsweise für ihren Manager Für Geschäftspartner und Co Und sie hatte keine Möglichkeit Einfach aufzuhören Aufzuhören Denn die haben sich ja darauf verlassen Dass es bei Bibi immer weiter geht Und gerade den nächsten Abschnitt Finde ich hier persönlich sehr, sehr stark Da geht es nämlich darum Äh, neue Anzeigen gerade gesagt im Stream Volksverhetzung und Verleugnung Korn auf dich zu Ja, ich habe gerade mal geguckt Also Volksverhetzung verjährt nach spätestens 5 Jahren Und wenn sie das meint Was ich vor 8 Jahren in meinen Videos gesagt habe Ja, sie müsste halt Mathe können, ne Oder denken Ja, okay Dann soll sie es machen Dass der ganze Content sie extrem mitgenommen hat Chill, danke schön für den Beispiel bedeutet für sie nicht Dass man mal so ein bisschen entspannt von zu Hause arbeitet Denn ihr Content war ja einfach ihr komplettes Leben Sie hatte irgendwann gar kein Privatleben mehr Weil jeder Moment im Leben direkt für Social Media genutzt wurde Als Beispiel hat sie hier einen Abendspaziergang im Sonnenuntergang am Meer beschrieben Anstatt diesen Moment einfach zu genießen Hat sie natürlich sofort ihr Handy rausgezuckt Und es wurden 500 Stories gemacht Und hierbei darf man noch eine Sache nicht vergessen Ihr damaliger Mann Jojenko hat dazu ja auch noch exakt den gleichen Content gemacht Bedeutet also, dass wenn die irgendwie unterwegs gewesen sind Dann musste Aber hat das nicht jeder Influencer? Man kann quasi immer das Doppelte an Videos und Stories machen Damit auch beide Content für ihre Social Media Kanäle hatten Und hier kann ich sie tatsächlich komplett verstehen Ich glaube, wenn du über Jahre nur noch für Social Media lebst Und nicht mehr für dich privat Sondern du bei jedem Moment denkst Boah, kann ich da jetzt Content draus machen? Eine Story oder ein Video? Dann macht dich das im Leben, glaube ich, irgendwann kaputt Vollkommen egal, wie erfolgreich du bist Das ist vielleicht auch ein Statement, was sich gerade die Familienblogger Die die ganze Zeit ihre Kinder vor die Kamera stellen Mal ein bisschen zu Herzen nehmen sollten Sich das allerdings einzugestehen Und dann so detailliert in diesem Blog zu beschreiben Trimax wirkt sehr verwirrt Ja, ich glaube, der kann mir mal nicht folgen Ja, aber ich kann da Bibi auf jeden Fall tatsächlich schon nachvollziehen So Geld Also Geld ist natürlich schon immer geil, gar keine Frage Aber ich glaube, irgendwann merkt man halt auch So, dass halt das Leben irgendwie auch so an einem vorbeizieht Also wenn du wirklich alles immer nur Content machst und so Gerade mit Julienko noch an der Seite Also die mussten ja quasi immer alles doppelt drehen Die haben ja damals immer ein Kanal für ihren Ein Video für ihren Kanal Ein Video für den anderen Kanal gemacht Das, glaube ich, ist auf Dauer schon Geht das schon an die Substanz auf jeden Fall Von Bibi allerdings auch sehr, sehr stark Auch im nächsten Absatz schreibt sie dann Dass sie Selbstzweifel, Unzufriedenheit Ja, Leute, ich hab's jetzt verstanden Ja, Shoyoka redet über mich Wir werden uns das alle zeitlich angucken Jetzt geht mal aus ihrem Stream raus Hört auf zu Hatewatchen Und seid einfach hier dabei Ihr könnt ab jetzt alles Ihr könnt ab jetzt alles timeouten, bitte Wo über Shoyokas Stream geredet wird Dann nehmen wir uns Ja, wir sind jetzt Wir haben ja heute mal jetzt einen normalen Stream Es bringt mir auch nichts, jetzt die ganze Zeit zu lesen, was sie sagt Was soll ich jetzt damit? Unsicherheit und Leistung Ja, und spendet mal Geld jetzt, ja Für meine Volkswelt und Anklage Sie hat sich halt immer eingeredet, dass sie glücklich ist Weil sie ja finanziell frei war Und sich alle möglichen Luxussachen kaufen konnte Selbst bei Familienfeiern war sie allerdings nie so wirklich da Weil sie immer mit dem Kopf in ihrem Business gewesen ist Dazu schreibt sie halt auch, dass sie überhaupt keine Zeit für Hobbys oder andere Interessen hatte Sie hat quasi nur für ihr YouTube-Influencer-Leben gelebt Sie hat sich dann immer mehr angepasst und hatte irgendwann noch keine Lust mehr auf diesen ganzen Luxus Und sie schreibt auch, dass sie am Ende dann quasi daran zusammengebrochen ist Dass sie ihre eigenen Bedürfnisse die ganze Zeit... Ja, nice, Digga Ich hab Timo gesagt, ja, markier das mal bitte Und er markiert natürlich nicht den Absatz, auf den ich mich inhaltlich beziehe Sondern nur das eine Wort Ah, ja, da steht zusammenbrachen, ja okay Und ich muss sagen, dass ich diese Umstellung tatsächlich komplett nachvollziehen kann Natürlich, in den ersten Jahren ist es immer cool Die Zahlen werden größer, du verdienst super viel Geld Die haben ja auch ein unfassbar heftiges Haus mit 40 Metern Einbauschränke 40 Metern Aber irgendwann merkt man natürlich, dass dich das nicht mehr glücklich macht Denn irgendwann bist du frei und du musst es halt nicht mehr machen Und du merkst halt, jo, also irgendwie genieße ich mein Leben überhaupt nicht Danach entschuldigte sie sich sogar noch für eine Kooperation Und zwar die, die sie damals für She-In gemacht hat Oh, ich dachte, Coin Master Und dazu schreibt sie folgendes Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich unkritisch Kooperationen mit Partnern wie She-In eingegangen bin Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich in Kauf genommen habe, für Marken zu werben Denen vorgeworfen wurde, Kinderarbeit zu unterstützen Und Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen beschäftigt zu haben Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich die Hintergründe solcher Marken nicht ausreichend hinterfragen Ist überhaupt irgendein Motier? Ja, Quentin, mach mal, fix mal so eine Nachricht an Dass jeder, der über Shuyoka redet, getimotet wird Also der über ihren Stream jetzt redet Also nichts gegen euch, ne? Ich find's ja cool, dass ihr mich auch auf den Laufenden halten wollt Aber es nervt im Chat halt wirklich irgendwann Weil wir gucken uns jetzt halt was anderes an Und jetzt die ganze Zeit dann Darauf hingewiesen zu werden, was halt gesagt wird Also es bringt mir halt nichts So, wir gucken uns das ja eh an Und dann werde ich halt dazu mein Statement abgeben Und dann werden wir uns über die Pointe lustig machen Und mich nicht in einem angemessenen Ausmaß Mit der Kritik beschäftigt habe Die sich gegen solche Marken richtete Starkes Statement, geiler Typ Es ist sehr stark, dass sie diese Kritik jetzt annimmt Und sich zu Herzen genommen hat Und auch in Zukunft nicht mehr mit solchen Firmen kooperieren möchte Dazu darf man ja auch eine Sache nicht vergessen Natürlich, bei Bibi gab es eigentlich die komplette Karriere lang immer kritische Stimmen Aber Bibi war und ist auch jetzt nicht In irgendeiner Position, wo sie es nötig hätte So einen kritischen Text über sich selber zu veröffentlichen Und daran merkt man meiner Meinung nach, dass sie sich als Mensch wirklich geändert hat Denn diese She-In-Kooperation beispielsweise Die ist ja auch nicht heute passiert Wir können das Video auch schneller machen, ja, ja Und es hätte sowieso niemanden mehr gejuckt Ich gehe halt immer wieder in diese Trimax-Reaction rein Weil ich mir so denke, Bruder, jetzt hat er sich geändert Jetzt sagt er Also das ist ja wirklich ein Thema, wo man was zu sagen könnte Man könnte seine eigenen Erfahrungen schildern Wie sieht man das selber so? Er ist ja auch sehr erfolgreich Ja, aber Trimax läuft mal wieder auf Ruhe-Modus Und da finde ich es sehr cool, dass sie sogar nochmal auf so eine alte Sache eingegangen ist Ja, vor allem er sieht halt auch echt immer so aus Als wenn er so gar nicht weiß, was abgeht Digga, so saß ich die ganze Zeit im Englisch-Unterricht Das stimmt, lieber spät als nie Bibi hat sich ja nie zu irgendwas Kritischem geäußert, jemals, oder? Eine absolute Eins Also da können sich andere Influencer wirklich mal eine Scheibe von abschneiden Allerdings steht sie jetzt tatsächlich auch wieder Trimax einfach ein Standbild Da ist auch gar kein Stream Trimax hat einfach nur ein Bild von sich da reingemacht Und verkauft das als Reaction Nicht der größte Kritikpunkt Ich möchte das aber trotzdem mit in dieses Video einnehmen Und zwar hat sie einen Podcast mit ihrem neuen Freund Timothy Hill gestartet Mit dem Namen SinSafari Und den gibt es exklusiv auf deren eigenen dafür erstellten Homepage Allerdings natürlich nicht kostenlos Sondern man muss 4 Euro im Monat dafür zahlen Dafür bekommt man dann 3 Podcasts im Monat plus einen Livestream Dafür gab es natürlich einiges an Kritik Denn viele Leute können es nicht nachvollziehen Warum man den nicht einfach kostenlos anbietet Sondern man in einem Abo-Modell 4 Euro im Monat dafür zahlen muss Und Bibi hat dafür auch ein Statement auf Instagram gepostet Sie schreibt unter anderem, dass man auf Spotify und Co. zwar nichts bezahlen muss Aber der Konsument dafür mit tonnenweise Werbung überschüttet wird Und dass es ja legitim ist, dass sie mit ihrem Wissen, ihrer Zeit und ihrem Geld Was sie da rein investieren, auch was zurückbekommen Er kopiert immer dieselben 3 Overlays auf random YouTube Videos Ja und er hält sich auch bei dem, was er zu den Videos sagt Immer sehr allgemein, sodass es auf jedes Video passt Hier gibt es halt zwei Optionen bei Spotify Entweder einen direkten Vertrag oder einen Vertrag mit einem Drittunternehmen Der dann entweder selber Werbungen reinschaltet Oder man die Werbungen selber vorher aufnimmt und dann halt mit reintut Wir hatten beides Wir waren zuerst in Spotify Exclusive Und jetzt sind wir mit Drittanbietern dabei Und mit beiden Optionen kann man sehr viel Geld verdienen Sie sagt, dass sie komplett unabhängig und frei bleiben möchte Und es auf der Seite keinerlei Werbung gibt Und man quasi eine geschlossene Community hat von Leuten, die sich wirklich dafür interessieren Also Bibi könnte dumm viel Kohle machen mit einem Spotify Podcast oder mit einem eigenen Podcast auf allen Plattformen Also, ja, das verstehe ich jetzt nicht Ja, ja, offline und ehrlich, bald auch ein Abo-Modell Zehner im Monat nehmen wir Aber es kommt auch nur noch eine Folge im Monat Der viel Geld verdient hat, aber sie natürlich auch weiter Geld verdienen darf Und ja, jeder die eigene Entscheidung treffen muss, ob er sich diesen Podcast kaufen möchte oder nicht Ach ja, und ganz wichtig, das wurde mehrfach angemerkt in den Kommentaren Umsonsten schreibt man zusammen Ja, und viele von euch haben Seid-Seid-Fehler Ich kann sich hier tatsächlich auch komplett nachvollziehen Ja, ich liebe Fire-Golden-Clips Warum sind da wieder Clips von Fire-Hoden drin? What the fuck? Macht er noch Videos? Das soll sie ja auch machen, wäre ja dumm, wenn sie sagt So, ab jetzt mache ich alles nur noch kostenlos Allerdings muss man hier auch sagen, dass viele Kosten, die sie da aufgezählt hat Ja nur entstehen, weil sie das auf ihrer eigenen Homepage hochladen So Dinge wie Server-Kosten oder einen Kundenservice Bräuchte man ja nicht, wenn der einfach auf YouTube Ja, eine Website-Betreuung bräuchte man auch nicht, ne? Und ich sag mal, Schnitt für einen Podcast Also, jetzt mal ganz ehrlich Also, weißt du, das sind immer so Dinge, wo ich mir so denke Okay, also, glaubt die das jetzt wirklich? Ich selber oder weiß sie einfach, dass die Zuschauer keinen Plan haben? Weil Server- und Kundenservice hast du ja einfach nicht Wenn du es einfach bei Spotify machst Ähm, eine Website-Betreuung brauchst du dann logischerweise auch nicht Also, drei von vier Punkten sind keine Punkte dafür Das sind im Abo-Modell auf der eigenen Seite anzubieten Anstatt auf Spotify Und ich sag mal, so ein Schnitt für einen Podcast Bruder, also ich weiß jetzt fair enough nicht, wie viel die rausschneiden Aber, äh, normalerweise schneidest du da, äh, schneidest du da gar nichts raus Also, ne, wenn wir jetzt, ähm Wenn wir jetzt beispielsweise unseren Podcast machen Gut, der ist jetzt qualitativ bestimmt nicht so hoch wie der von denen Aber wir schneiden da halt nichts raus Oder ganz, ganz wenig, wenn wir mal irgendwie doch zu hart übertreiben Und wir genau wissen, das landet auf jeden Fall direkt auf den Kuchenfiles Und ich sag mal, der Schnitt könnte auch einfach mit einem YouTube-Kanal bezahlt werden Ne, da macht die sich einen neuen Kanal auf SinSafari Da laden die die Videos da hoch Und, äh, da würde mehr als genug Geld reinkommen Um wahrscheinlich fünf Cutter zu bezahlen Ja, also mehr als Als eventuell die Audio über die Videospur zu legen Und dann hin und her zu cutten Ist es halt auch nicht bei einem Podcast, ne Oder Spotify laufen würde Dazu sagt sie, dass ihr Fachwissen ja auch dafür sorgt Dass es legitim ist, dass sie dafür halt auch bezahlt werden möchte Ich hab jetzt einfach mal zumindest geschaut, was die bei Instagram so hochgeladen haben Und das ist wohl so ein Podcast für so Selbstverwirklichung Wie man bewusster lebt Und solche Sachen halt Und da muss man sagen Bei dem, was sie teilweise hochladen Sprechen sie halt aus einer super privilegierten Sicht Die man als normaler Mensch zwar nachvollziehen Aber kaum erreichen kann Zum Beispiel hier Viele Menschen heutzutage sind der Meinung Ich lebe, um zu arbeiten Damit ich leben kann Weil ich brauch ja Geld Und das mach ich bis zur Rente Wie du ja eben auch schon gesagt hast Dann hab ich irgendwann mal frei Und bin hoffentlich körperlich und geistig noch so fit Dass ich dann ein paar Jahre noch machen kann, was ich will Und dann sag ich Tschau, Kakao Also ich glaube, ähm, das ist ja so verkehrt Wir werden ja gesellschaftlich so darauf getrimmt Dass das eigentlich der Weg ist Und natürlich kann man Spaß haben und Hobbys haben Mein Kommentar hat es halt schon gut Ist das krass? Ja, weiß ich auch nicht Hier sitzt Ja, krass Wie alt ist sie? Die 2,30 Ich setze sie sich da hin mit 32 In Rente mit 10 Millionen Und sagt, das ist voll lost Du arbeitest, bis du Rentner bist Was soll das? Oder? Also ich finde, das ist Ich weiß nicht, ob man das aus dem Winkel da Also sie hat ja recht Aber ich sag mal Mit 10 Millionen sagt es sich auch leicht Hey Leute, arbeitet euch nicht kaputt Habt einfach 10 Millionen Nächste Woche wieder 4 Euro für die Folge Zusammengefasst Viele Menschen haben halt einfach gar nicht die Möglichkeit Aus diesem Hamsterrad zu entkommen Ich glaube, kein Mensch sagt sich Boah, geil Jetzt darf ich 10 Stunden arbeiten Und am Ende kaum Geld haben Oh mein Gott, ich freu mich so Ja, hab ich echt 10 Stunden gesagt? Ach so pro Tag, ja gut Eine mehrfache Millionärin Du bist super privilegiert Und hast auch immer noch Anteile An der Bilou-Firma beispielsweise Du müsstest wahrscheinlich auch nie wieder arbeiten Ja, du hast die Möglichkeit Mal eineinhalb Jahre wegzugehen Dich selbst zu finden Bewusster zu leben Und dein ganzes Leben umzukrempeln Viele Leute gehen aber arbeiten Um gerade so ihre Miete zu zahlen Also das wirkt halt eher so Wie eine komplett privilegierte Person Die sich keine finanziellen Sorgen im Leben machen muss Die dir dann sowas sagt wie Ja, also man sollte arbeiten, um leben zu können Und nicht leben, um zu arbeiten Welches Fachwissen sie jetzt meint Weiß ich jetzt nicht So hat sie jetzt irgendwas Also wie gesagt, es ist halt Und ich meine, das haben auch schon Tausend andere Podcasts vorher gesagt Ich glaube, dass Wenn du so eine Selbstverwirklichung-Podcast machst Dann ist die erste Folge immer Ey, ihr müsst bewusster leben Und arbeitet euch nicht tot Also klar, dass es natürlich auch Leute gibt Die vielleicht auch zu viel arbeiten Oder zu viele Überstunden machen Oder vielleicht auch zu doll da reinhauen Und zu wenig Zeit für andere Dinge haben So ja, okay Aber ich sag mal Viele in Deutschland leben an der Armutsgrenze Oder sind kurz davor Und die können nicht einfach sagen Ja, okay, dann lebe ich jetzt bewusster Dann reicht auch ein Teilzeitjob oder so Weil dann können die ihre laufenden Kosten nicht mehr tragen Ja, wie viele Menschen sind wirklich am Existenzminimum Und ich weiß nicht Ich find's halt schon Ja, was heißt dreist Ist vielleicht ein bisschen übertrieben Aber ich find's halt weird Dass da wirklich eine Person mit wahrscheinlich Zehn Millionen auf dem Konto Die immer noch super krass abkassieren wird Ja, die wird mit dem Podcast wahrscheinlich mehr verdienen Als der halbe Chat hier Mit mir wahrscheinlich noch zusammen Ähm Und sagt dann so Ja, arbeitet nicht bis zur Rente So genießt mal ein bisschen das Leben hier Arbeitet nicht so viel So, ja, das Digga, wenn ich jetzt im Lotto 60 Millionen gewinne Dann werde ich hier wahrscheinlich auch nicht mehr jeden Tag sitzen und streamen Sondern dann werde ich unterwegs von Streams machen In meinem Privathelikopter Der mich zu meinem Privatjet fährt Zu meiner Riesenjacht Studiert in dem Bereich Hat sie irgendwelche Kurse mitgemacht Oder berichtet sie nur aus ihrem Leben Das, was sie da teilweise sagt Habe ich halt vorher schon in 1000 Reels gehört Ist halt für den Otto Normalverbraucher Nur leider kaum oder gar nicht zu erreichen Ja Dazu kann man auch eigentlich noch kritisieren Dass sie zwar sagt Dass man bewusster konsumieren soll Man aber erstmal Geld ausgeben muss Um diesen Podcast zu konsumieren Also das widerspricht sich ja auch so ein bisschen Der größte Kritikpunkt ist aber Dass es sicherlich Menschen gibt Die sich das eventuell nicht leisten können Und ich weiß 4 Euro im Monat ist jetzt nicht die Welt Gar keine Frage Aber was ist beispielsweise mit Schülern Die wenig oder gar kein Geld bekommen Was ist mit Studenten Die jeden Cent umdrehen müssen Oder Menschen Die einfach super wenig oder gar nichts verdienen Du willst Menschen erreichen Damit sie bewusster leben Aber schließt automatisch schon mal Leute aus Die sich das nicht leisten können Und wie gesagt 4 Euro sind nicht die Welt Vielleicht lachen auch einige von euch darüber Aber früher als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe Und wir Hartz IV hatten Hatten wir am Monatsende nichts zu essen Also ich hätte mir diesen Podcast Tatsächlich nicht leisten können Auch dieses Argument Wir sind unabhängig Also ich weiß nicht Selbst wenn die jetzt einen Spotify Vertrag hätten Dann wären sie ja per se trotzdem unabhängig Ich glaube nicht Dass Spotify bei einer Bibi ankommt und sagt Boah also diesen Satz und dieses Thema Das könnt ihr hier unmöglich reinnehmen Bibi ist halt immer noch family friendly Und auch das was in dem Podcast gezeigt wird Ist ein ganz normaler 0815 Podcast Wie es den schon zuhauf gibt Ich denke persönlich Dass das faireste gewesen wäre Einfach Spotify zu machen Und dazu die Videos noch auf YouTube hochzuladen Denn dann könnte man auch die Karte Mit den YouTube Einnahmen bezahlen Beispielsweise Ist jetzt auch kein riesen Kritikpunkt Also wer Interesse daran hat Kann sich das kaufen Ich will das jetzt gar nicht als Abzocke Oder sonst irgendwas hinstellen Nur ich finde ihre Argumentation Einfach so ein bisschen schwammig Bibi ist halt immer noch Durch und durch eine Geschäftsfrau Und ich glaube sie weiß Dass wenn sie den Podcast Auf ihrer eigenen Homepage macht Sie viel mehr Geld machen wird Als wenn die halt irgendeinen Vertrag Bei Spotify unterschreibt Was kann man also abschließend dazu sagen Ich finde das erste Statement Was wir uns angeguckt haben Tatsächlich bockstark Und ich finde es saukool Dass eine Bibi hier Ihr eigenes Verhalten So krass Das ist echt krass Wie lange macht sie YouTube? Boah ey Er hat was gesagt Er hat echt einen Satz gesagt Mit drei Wörtern Das ist krass Oha Ich wusste gar nicht Dass der noch da ist War der die ganze Zeit Da in der Ecke 13, 14 Jahre Sie ist noch nie auf Kritik Auf echte Kritik eingegangen Und das macht sie jetzt Obwohl sie es ja eh nicht machen muss Das finde ich sehr gut Jetzt sagen einige ja Aber sie hat ja das Geld schon verdient Mit den beschissenensten Kampagnen Ja das stimmt Aber dann lieber so Als dass du immer totschweigst Und sich gar nicht zu entschuldigen Das finde ich schon mal sehr gut Was sagst du dazu Ja ich denke auch Dass sich Menschen einfach weiterentwickeln So ne Ich hab auch mal Werbung Für Lootboy gemacht zum Beispiel Weiß gar nicht Ob das Leute wissen Ist auch vier, fünf Jahre her 2020 oder so Weil die halt einfach Super bezahlt haben Ja es ist halt per se Könnte man das schon Glücksspiel nennen Auch wenn es rechtlich halt nicht so ist Ne Das würde ich jetzt heute zum Beispiel Auch nicht mehr machen So ne Ähm Heute würde ich halt Wenn nur noch Ein 10 Millionen Casino Deal Halt annehmen Aber ich denke Das wäre auch legitim Und ich denke Dass auch das für alle in Ordnung wäre Ne Also wenn ich jetzt plötzlich Irgendwie in ein Land ziehe Wo ich keine Steuern zahlen muss Dann könnt ihr euch sicher sein Jo Da kommt auf jeden Fall Was auf euch zu Und ich sag mal Ja also wenn man das halt Zu der Zeit so gesehen hat Was soll man halt machen So ich finde auch Das Geld halt jetzt Wenn man jetzt sagt Ja die kann das Geld ja auch spenden Oder so Ja Bro ganz ehrlich Also keiner Keiner der jetzt irgendwie Geld Mal durch eine doofe Sache Bekommen hat würde Dann sagen Ja okay dann gebe ich das Jetzt wieder zurück Logischerweise Ne Plus man weiß ja auch nicht Vielleicht spendet die Privat ja auch Geld In diesem Stream hier zum Beispiel Wollte ich schon mal was gesagt Was man bestimmte Sachen lieber anders sagen sollte Ja 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 Da wurde ab und zu mal was rausgeschnitten Nicht viel aber schon Aber jetzt auch immer nur Ja aber diese Blackjack Zeiten Waren schon lustig Ja das Ding Das ist halt immer so das Ding Mit Glücksspiel Also ich hab ja mal bei Bei Tipico Blackjack haben wir hier mal gespielt So vor ein paar Jahren Und ja es ist halt Also ich sag euch wie es ist Es ist halt schon lustig Das zu machen irgendwie Weil es auch so ein geiler Nervenkitzel ist Wenn man jetzt nicht übertreibt Und nicht sein ganzes Geld raushaut Ne Also jetzt für mich Als Stream Content meine ich jetzt Ne Ähm Aber ja du kannst halt Du kannst halt sowas nicht machen Digga Es ist halt moralisch und verwerflich Ich hab ja auch betrunken Mein einen Tipico Schein Einfach rausgehauen Äh Wo ich da gewonnen hatte Aber keine Sorge Ich hab gestern verloren Ich hab gegen Menü gesetzt Und natürlich 1-1 gespielt Der Tauert hat aber auch Zwei so heftige Paraden gemacht Der hat genau gewusst Was ich getan hab Ähm Ja sowas geht halt leider nicht Ne Kann man halt leider nicht machen Ähm Weil es halt immer natürlich Die Gefahr gibt Dass du halt Leute dann dazu bringst Selber damit anzufangen Ne Niemand Danke für den Prats Da werden manchmal auch einige Passagen gekürzt Ein bisschen Selten Selten Ich sag immer das drin Sascha tut ich sag immer Ist egal das Risiko Partner zu verlieren Ist egal das drin Und auch gesagt hat Ey diese ganzen Luxussachen Irgendwann macht das nicht mehr glücklich Und man endet in einer Spirale An der man selber kaputt gehen kann Finde ich tatsächlich sehr sehr stark Ich finde man merkt Wenn man sich ihren Content jetzt anguckt Das Bestimmt seit 50 Folgen Nichts mehr rausgeschnitten Okay geil Die viel freier Viel glücklicher wirkt Als vorher in den Videos Die sie gedreht hat Und ich wünsche Seit 50 Folgen Nichts mehr rausgeschnitten Ey am Ende der Folge Sagt dann auch zu Chris Ja wenn die Partners Dann mal gucken Das muss man kontrollieren Oder ich schneide das ein bisschen Das hat er bestimmt schon 10 Mal gesagt Das wurde niemals rausgeschnitten Ist ja geil Ich wünsche ihr vom Herzen Einfach alles Gute Die Sache mit dem Podcast Ist jetzt wie gesagt Nur ein kleiner Kritikpunkt Auch wenn es glaube ich Relativ lange geht Aber es war auch viel input Was man sagen musste Ist per se ja auch nicht schlimm Sie hat ja auch das Recht Das zu verkaufen Kann sie machen Boah Digga I imagine Max würde Auf die Schöker Videos reagieren Er würde halt nichts sagen Also Weil die ich getroffen hätte Was sagt ihr aber Zu den ganzen Punkten Schreibt es in die Kommentare Wir sehen uns im nächsten Video Bis dann Okay thanks bye Okay krass Sie hatten Statement gemacht Was auch gut war Podcast war fraglich Er gibt mir ja die Plattform Nein Das haben wir all die Jahre nicht gehört So einfach geht es Einfach viel eingestehen Könnt jemand die Kommentare schreiben Was ihr davon haltet Ich finde es gut So geht es So einfach geht es Man kann es ja einfach zugeben Wenn es eh jeder weiß Und die Kritik da Ja Würde mich schon freuen Wenn er ein bisschen mehr sagt Aber solange er mir die Plattform gibt Und wir wieder Freunde sind Ist doch alles gut Du weißt Nächstes Fußball Event KuchenTV Ich bin am Start